Wir schreien über das ganze Schiff. Hier kann man wunderbar sehen, warum wir Sichtbehinderungsbalkonkabinen haben. Das sind nämlich diese Aufhängungen hier teilweise vor dem kompletten Balkon. Manchmal ist es nur das Dach, was man sieht, wie hier. Aber größtenteils, die größte Sichtbehinderung machen diese Aufhängungen der großen Rettungsboote. Das sieht man hier sehr gut. Und genauso ist es auch in der Kabine. Das sind aber sehr wenige. Also wenn ihr im Katalog guckt, das sind wirklich nicht viele. Aber wenn man einen Flexpreisbalkon bucht, dann kann das natürlich sein. Hier sind wir im Bereich des sogenannten Leben. Hier war unser WM-Studio zum Beispiel, wo jetzt die Wand mit den Büchern ist, hatten wir eine riesige Leinwand während der EM. Hier konnte man die ganzen Fußballspiele schauen. Hier drüben ist unser Spielplatz. Das ist unsere Teenager- und Spiele-Lounge. Hier kann man sich auch Spiele ausleihen in dem Strang. Nebendran unser Atelier, wo man sich künstlerisch betätigen kann. Wo wir auch Acrylmalerei zum Beispiel anbieten. Und seit Neuestem auch Schmuck-Workshops, die man da machen kann.